Wir arbeiten hier mit einem Gewohnheitsumkehrtraining. Das ist eine Technik, mit der Sie lernen, statt eines Ticks eine andere Bewegung durchzuführen, um den Tick umzuleiten. Das will er. Oder Vincent, das gehen wir jetzt an. Un Trio improbable. Frau Dr. Rose, das ist mein Zimmer. Sie werden sich das Zimmer mit Vincent teilen. Da! Ich habe ein Auto. Ja oder nein? Eins mehr. Okay. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das ist Frau Dr. Rose. Ihr wollt stehen. Nein, nein. Su viaje apenas comienza. Vincent quiere amar. Sábado 28 de Octubre en Euro Channel.